Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, am Wochenende Bitcoin ordentlich gestiegen, momentan traden wir bei 67.200 US-Dollar. Wir sind nicht in einen neuen Trade reingegangen, wieso, weshalb, warum, werde ich euch jetzt gleich nochmal ein bisschen erklären. Aber ihr seht hier selber schon, wir sind ordentlich abverkauft worden da nochmal. Also wir sind durchs Golden Pocket drunter gefallen, sind dann sogar mal zwischenzeitlich unter das 0786 gegangen. Also es wäre eigentlich so der zweite Entry gewesen, aber auch da sah es erst einmal nicht gut aus. Deswegen keine neuen Entries, aber ich denke, wir werden diese Woche noch zu neuen Chancen auf jeden Fall kommen. Wie gesagt, wir haben ja noch unseren Short offen beim Euro-US-Dollar. Wir werden jetzt noch einen neuen Euro-US-Dollar-Long auf jeden Fall aufmachen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, damit ihr nichts weiteres verpasst mehr. Ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, Abonnete-Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppen reinsteunen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und gerne auch den Podcast anhören. Unsere aktuelle Folge würden wir uns auf jeden Fall darüber freuen. Außerdem, wenn ihr noch eine Kryptobörse sucht, wo ihr traden könnt. Nachdem BitBravo ja jetzt nicht mehr für Deutsche irgendwie zugelassen wurde, könnt ihr das alles natürlich auch gerne bei Bingix machen. Spot kaufen, traden, Forex, Stocks, alles mögliche, was ihr machen wollt, könnt ihr bei Bingix machen. Und momentan gibt es auch noch eine coole Einzahlungsaktion ab heute, also 25.03. bis 7.04. Für alle User, die zum ersten Mal Euro oder Schweizer Franken aufladen mit Kreditkarte, Banküberweisung, gibt es hier ordentlich Boni. Einmal 10% Cashback bis maximal 15 USDT. Und noch ein paar andere Boni. Also schaut euch das auf jeden Fall an. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in die Analyse. Also, wie gesagt, Bitcoin Moment haben bei 67.200 US-Dollar. Wie gesagt, letzte Woche, der Plan war ja eigentlich gewesen, okay, wir kriegen hier unseren Abverkauf rein. Ging auch alles ganz gut. Nur dann war das Problem, wenn wir uns das mal auf einen 1-Stunden-Timeframe mal ganz kurz angucken, dass wir hier durchs Golden Pocket einfach bodenlos durchgefallen sind. Wir sind dann zwar hier vorm 0786 gestoppt, hatten aber hier noch den WIG. Das wäre mal ein zweiter Entry gewesen. Ihr seht hier schon, das Setup lag schon bereit hier bei 62.000 US-Dollar. Weil ich dachte, okay, wir holen uns zumindest noch den WIG. Dann sind wir runtergegangen ans 0786, haben den WIG nicht geholt und dann ist die Erholung eingesetzt. Also für mich war das nichts für longmäßig. Aber wie gesagt, wir haben ja letzte Woche schon den Plan gehabt, in Richtung 69.000 bis 70.000 US-Dollar zu gehen. Das heißt, wir verschieben unsere grüne Box hier und merken uns diesen Bereich hier oben zwischen 69.000 und 70.000 US-Dollar, was wiederum unsere Short-Zone für diese Woche ist und woran ich auch jetzt in den nächsten Stunden jetzt dann erstmal glaube, dass wir hier weiter auf jeden Fall hochgehen. Interessanterweise haben wir immer noch kein höheres Hoch gesehen. Ihr seht es hier schon, wir bilden immer tiefere Hochs hier mittlerweile. Also es wäre schon mal wichtig, dass wir hier zumindest in dem Bereich der 68.000 US-Dollar mal vorstoßen und hier vielleicht zumindest mal mit einer 1-Stunden- oder sogar 4-Stunden-Close ein höheres Hoch reinkriegen, damit die Chance auch steigt, dass wir hier wirklich nochmal hochgehen. Und dann wird es halt eben interessant werden. Kriegen wir hier oben eben unseren Rücksetzer rein, das heißt, die Liquidität, die hier oben liegt, reicht aus, um uns zurück zum Ende der Range zu bringen, das heißt runter bis ungefähr 60.000 US-Dollar. Und dann ist natürlich das Nächste, hält halt auch wirklich wieder diese 60.000 US-Dollar-Marke. Wir sind hier unten mehrfach jetzt bereits aufgefangen worden. Umso öfter man natürlich diese Zone trifft, desto schwieriger wird es halt natürlich auch, diese zu halten. Und vor allem, wir hatten letzte Woche negative Abflüsse bei den ETFs. Das erste Mal seit langem Grayscale hat wieder ordentlich abverkauft. Also da könnte es diese Woche auch nochmal spannend werden, ob wir dann möglicherweise nochmal Richtung 50.000 US-Dollar runtergehen. Aber uns sollte auch klar sein, sollten wir hier über diese Marke hier oben drüber gehen, also über die 70k-Region mit einem 4-Stunden, vielleicht besser wäre sogar ein Daily-Close, dann werden wir wahrscheinlich auch ein neues All-Time-High sehen, weil dann sollte einfach die Kaufkraft und auch möglicherweise die FOMO dann ausreichend sein, zumindest mal hier in Richtung 77.000 bis knapp 80.000 US-Dollar hochzugehen. Also da bin ich auf jeden Fall dann überzeugt von, sobald wir hier durchs Golden Pocket durchkommen, sehr, sehr groß ist die Möglichkeit, dass wir in Richtung 80.000 US-Dollar vorstoßen. Könnte dann auch endlich mal zu einer kleinen Altcoin-Season führen. Man muss ja auch dazu sagen, momentan wir haben ja noch keine Altcoin-Season. Also wenn wir uns mal ganz kurz die Bitcoin-Dominance angucken, seht ihr selber, absolut am stagnieren, da tut sich eigentlich gar nichts, von einer Altcoin-Season brauchen wir hier nicht zu sprechen. Natürlich gibt es manche Altcoins, die mal pumpen oder so, wie letzte Woche diese ganzen RWA-Coins, wie Loop hat 100% gemacht, Rio hat extrem hochgepusht, ich glaube jetzt auch wieder mittlerweile 100% gemacht. Also es wird immer wieder diese Hype-Themen geben. Wir hatten jetzt auch eine Meme-Phase, wir hatten jetzt wieder eine RWA-Phase, es wird immer wieder welche geben. Aber Altcoin-Season ist auch wirklich erst, wenn die ganzen Altcoins hier wirklich 20 bis 40% am Tag einfach mal pumpen, auch sowas wie Polkadot oder sowas. Also da sind wir immer noch sehr, sehr weit entfernt. Und das sollte dann erst meiner Meinung nach passieren, wenn wir ein neues All-Time-High kriegen und dann ein bisschen konsolidieren, dass dann die Altcoins wirklich mal nachziehen. Also heißt für uns oben weiterhin die Short-Liquidität für einen möglichen Short-Entry. Volumentechnisch würde es derzeit sogar auch ganz gut passen, dass wir hier hochkommen mit sehr, sehr wenig Volumen und dann abverkauft werden. Ansonsten sehe ich derzeit keine weiteren Entry-Sits hier erst einmal auf uns zukommen. Ethereum muss man sagen, ist deutlich akkurater verlaufen. Also wir sind nicht mehr ganz hoch ins Golden Pocket gekommen, aber wir haben zumindest hier unten das kleinere dann erst einmal getroffen beziehungsweise sind hier in diese Zone reingekommen. Problemmatisch. Ihr seht selber, es war nur so ein ganz, ganz kleiner Hit und ja, war auch abends dann. Also ich bin hier weiterhin überhaupt nicht drin. Vielleicht hat es einer von euch mitnehmen können. Ich habe es nicht gemacht, war ich auch unterwegs, bin ich ehrlich. Aber gut, ansonsten läuft alles hier erst einmal nach Fahrplan. Wichtig jetzt aber auch hier, das ist unsere grüne Zone. Also auf die wird es jetzt auch hier ankommen. Wir haben hier oben diese Supply Zone, wir haben hier oben das Golden Pocket, das heißt die ganze Zone hier zwischen 3.600 und 3.886 US-Zoller. Das ist massive Widerstandszone. Und ich denke auch, wir werden hier noch hochkommen und dann wird es natürlich auch bei Bitcoin auch ankommen, kriegen wir unseren Daily Close oder 4-Stunden-Close, eben über 70k. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir bei Ethereum Richtung 4.300 US-Dollar locker durchgehen. Ansonsten wird das hier die entscheidende Zone auch für einen möglichen neuen Short-Entry, dass wir hier dann auch deutlich abverkauft werden. Also der Plan ist im Endeffekt der gleiche, so wie letzte Woche. Und ich bleibe auch dabei, sollten wir hier oben rejected werden zwischen Golden Pocket und 0.786, haben wir ein tieferes Hoch gebildet. Wir sind dann am Golden Pocket bzw. 0.786 abgelehnt worden plus R1 plus massive Supply Zone, die hier oben auch noch ist, Ineffizienz, was weiß ich, alles Mögliche, was hier oben drin ist. Das könnte dann dazu führen, dass wir wirklich nochmal einen größeren Crash in Richtung 2.500 US-Dollar bekommen. Aber auch nur, wenn wir bei Bitcoin, wie gesagt, auch die gleiche Reaktion dann natürlich sehen. So, dann habe ich euch ja versprochen, Euro gegenüber dem US-Dollar, da könnt ihr jetzt im Endeffekt long reingehen mit dem Hedge. Wir haben ja letzte Woche die Short-Position abgeholt, die war hier oben wirklich perfekt, wirklich perfekt abgeholt worden. Mittlerweile sehr, sehr gut mit Profit, drei Take-Profits genommen. Jetzt, wie gesagt, könnt ihr auf jeden Fall den Short-Entry hier, den Long-Entry hier aufmachen. Momentan bei 1,08194, also da verpasst er nichts. Stop-Loss bitte hier drunter setzen unter 1,075. Passt alles, das ist das Setup für den heutigen Tag bzw. für die nächsten Tage. Ziel, werden wir uns jetzt auch gerade mal ganz kurz angucken. FIP-Level ziehen, also erstes Ziel würde ich jetzt erstmal sagen, okay, erster Take-Profit hier bei 1,085. Und der zweite dann hier im Golden Pocket. Und oben würde ich dann nochmal entscheiden, ob wir uns sogar nochmal die Short-Position, die weiterhin natürlich offen ist, dann wieder verdoppeln. Stop-Loss dann auf Entry setzen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. News-Technisch sollte nämlich, glaube ich, diese Woche nicht so viel anstehen. Und wenn wir uns in die XY mal ganz kurz angucken, nachdem hier auch das alles sehr, sehr gut akkurat verlaufen ist, ziehen wir uns jetzt hier auch mal ganz kurz noch das FIP-Level. Wenn es so funktioniert, so, jetzt war ich ein bisschen zu schmal dran, sehen wir auch, okay, wir sind jetzt erstmal hier am 0,786 zurückgelaufen. Das heißt, wir könnten hier jetzt auch erst einmal eine kleine Korrektur sehen und jetzt ziehen wir uns nochmal das FIP-Level in den kleineren Prognosen, also beziehungsweise in den kleineren Anstiegen. Dann seht ihr nämlich auch, was ich meine. Das wäre auch sagen, okay, sobald wir hier unten an diesem Level angucken, schauen wir, wo der Euro-US-Dollar steht. Sollt jetzt erstmal steigen und dann entscheiden wir, wie wir weiter vorgehen. Also hier auf jeden Fall jetzt Long rein triggern. Gehen wir rüber zum Gold-Chart. Hier warte ich weiterhin noch. Hier hat sich nämlich überhaupt nichts geändert. Wir haben den Abverkauf nochmal ein bisschen stärker nach unten hingesehen. Also hier warte ich weiterhin, dass wir zumindest noch das Golden Pocket hier im Laufe der Woche sehen, bevor wir hier in irgendwelche Short-Positionen reingehen. Das heißt, das Golden Pocket weiterhin so um die 2.000 US-Dollar warten wir, nichts überstürzen. Wir haben die Long-Positionen weiter offen. Und dann last but not least, was so momentan immer noch so mein Hass-Ding ist, muss ich sagen, habe ich mich nicht getraut. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Ich habe mich am Freitag nicht mehr getraut, hier in diesen Short reinzugehen. Uns könnte aber noch eine kleine Chance gegeben werden, wenn ihr euch mal so ganz kurz oder wenn wir uns das mal in den kleineren Timeframes angucken, sehen wir so eine Art oder mögliche Bull-Flag. Das heißt, wir haben möglicherweise nochmal die Chance, dass wir hier nochmal hochgehen. Für mich eigentlich Wunschszenario, dass wir hier in Richtung 5.280 hochgehen. Da ist der R2-Pivot. Es würde jetzt vom Verlauf und dieser Bull-Flag sehr, sehr gut passen. Und wenn wir uns auch mal das technische Preis ziehen, natürlich jetzt nicht ganz, ich ziehe es nicht immer ganz hoch, weil mir das immer ein bisschen zu bullisch ist, sehen wir auch, würde es eigentlich sehr, sehr, sehr genau passen. Also das heißt, ich warte jetzt noch, sorry dafür, manchmal habe ich nicht die Eier dazu und man muss es auch nicht übertreiben. Wir hatten teilweise echt negative Trades bei den Stocks und die sind sowieso so überhitzt. Deswegen warten wir jetzt derzeit noch. Sollte diese Bull-Flag nach oben hin ausbrechen, werden wir hier oben auf jeden Fall safe einen Short machen. Oberkante von unserem Trendkanal plus Bull-Flag. Preisziel würde auch sehr, sehr gut passen. Und dann plus nochmal möglicherweise Bearish Divergence, die hier dann auch noch rein fetzen würde für uns. Also das Wunschszenario. Betet heute einfach mal, dass es wirklich so kommt. Den Rest lassen wir jetzt erst einmal links liegen. Wie gesagt, Bitcoin Short, Euro, US-Dollar Short plus Long. Gold Short in Planung plus dann auch noch SP, S&P 500. Also steht genug an diese Woche. Ich denke, es wird eine spannende Woche werden. Ansonsten würde ich sagen, wünsche euch allen eine schöne, erfolgreiche Woche. Lasst es euch gut gehen. Like da lassen, Abo da lassen. Würde ich mich riesig darüber freuen, um den Algo ein bisschen zu pushen. Und ansonsten Telegram-Gruppen abchecken, BingX abchecken. Das war es von mir. Ich wünsche euch einen schönen, entspannten Tag. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay Cript.